herzlich willkommen zu einem neuen spiel never alone heißt das ganze es ist ein atmosphärisches spiel und ich mache jetzt ein bisschen mehr horror und deswegen dachte ich brauche ich eine kleine abwechslung was wo man sich mal nicht in die hosen scheiß und deswegen spielen wir heute never alone ich weiß nicht wie lange ich das spiel spielen werde ob es mir gefällt und wir spielen das erst mal an drei parts und dann schaue ich aufs mir gefällt ich rede auch nicht lang weiter starten wir gleich durch was kultureinblick oh da schauen wir uns am ende an oder ja das schauen wir uns am ende an quasi kleines special nochmal gibt es denn nochmal eine extra folge so wir starten kurz bild 1 1 1 1 aus in chaos geht das noch höher nee ok zurück ja das passt auch alles ich möchte musik ein bisschen leiser und geschichten erzähle auf jeden fall ganz laut so ich hoffe das geht so dass es auch so laut genug ist bestätigen schraubt das spiel noch mal ein bisschen leiser äh lauter so jetzt müsstet ihr es noch ein bisschen lauter haben und jetzt schaue ich noch mal kurz hier was ups so entschuldigung wir starten wir möchten uns das nicht ansehen müssen wir unserem genau bei am jemand es ja noch online drin act also Nivea xsie arroa lugu inniu ne agakneksok, aga yukagme ne, sume tem... Nivea xsie arroa lukagunne agakneksok. Asseh surakal lablo ne, supayaanek. Das war's für mich. Das war es für mich. Okay, fortfahren. Ich hoffe, wir spielen auch irgendwann nochmal, nicht dass es nur ein Hörspiel ist. Ich hoffe, wir haben einen Hörspiel. Ich hoffe, wir haben einen Hörspiel. Oh. Okay, da sind wir schon im Spiel, verfolgt vom Schneebären. Und er will uns echt essen. Der hat da richtig Bock drauf. Oh. Alter, im Hintergrund läuft so ein Fuchs oder sowas. Oh, er ist so nah. Oh. 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 So kann ich jetzt immer hin und her wechseln. Oh, der Fuchsi ist süß, kann man denn irgendwie streicheln oder so? Nee. Eine Eule ist das, ich glaube das ist was für ein Checkpoint. Rotfuchs ansehen. Ich wusste auch, dass Füchse gerade eine Wand hochklettern können, einfach hochlaufen. Oh, der Schnee wird immer tiefer. Ducken kann man sich nicht, ne? Nee. Ich will weiter bevor der Fuchs wegfliegt. Komm Fuchsi. Fokus, oh, ist voll auf den Fuchs, nicht auf uns. Das war echt knapp. Ich bin dann von der Fuchs, ich bin dann der Fuchs, wie ich da von mir mache. Ich bin dann von der Fuchs. Ich bin dann von der Fuchs. Ich bin dann von der Fuchs. Dann von der Fuchs, die wir, dass wir nicht kennen. Das war knapp. Was sind das für Viecher gewesen? Ja komm, Kultureinblick. Wollen wir zwischendurch gucken, damit es atmosphärischer ist? Nee. Irgendwie mache ich daraus glaube ich eine extra Folge. Aha. Okay. Vielen Dank.